Herzlich willkommen meine Damen und Herren zu einer neuen Folge durchgequatscht. Eigentlich wollte ich heute ein anderes Video bringen, nämlich Tacheles. Aber einerseits bin ich mit dem Cut ein bisschen langsamer als gedacht, es kommt allerdings morgen. Und andererseits habe ich so viel Bock an Mastery, dass ich gerade in meiner Freizeit mal wieder eine Runde gezockt habe. Unbelievable. Aktuell zog ich da eigentlich nur eine Aufgaben auf meinem zweiten Kanal zu sehen. Und ich habe gerade noch was, was mir einen leckeren Snack gegönnt, nämlich die leckeren Heringe. Übrigens kein Placement. Macht ihr einfach nur. Und ich dachte, ich habe gleich mal ein bisschen, was mit Mastery abgeht, weil der Champion zur Zeit natürlich deutlich mehr gespielt wird und viele da natürlich auch berichtigterweise Fragen zu hatten. Und ja, dementsprechend sollte es um Mastery gehen. Wenn es um Mastery geht, dann geht es auch um Kaussepp. Der Junge ist tatsächlich so ziemlich der beste Mastery-Spieler, den man sich aktuell vorstellen kann. Zumindest so von dem, was man mitbekommt. Dementsprechend ist natürlich auch viel von dem, was ich hier mache, auch irgendwo auf seinem List gewachsen. Und verständlicherweise werde ich mich da auch ein bisschen drauf beziehen, weil wenn Leute Ahnung haben, ist es einfach schön. Ich hatte im Stream viele Diskussionen rund um Rageblade. Kaussepp ist ein Riesenverfechter von Rageblade. Und vielleicht lag ich falsch. Meine Argumentation war, dass andere Items den mehr bringen und dass das Item erst aufbauen muss. Trotzdem ist es so, dass gerade durch den E von Mastery und die anderen Items, nämlich zum Beispiel Bloodraiser, die man dazu holt, ist einfach insane ist. Also wirklich insane. Das ist aus meiner Sicht einfach, ja, nicht von der Hand zu weisen. Holy shit, Alter, der In-Game-Sound-Out. Ne, aber ich klappe mal die Ohren raus. Euch wahrscheinlich auch. Sorry dafür. Aber I guess I fixed it. Naja, Blue-Up-Start. Damit macht ihr euch keine Freunde, aber ihr seid auch nicht da, um euch vorhören zu machen, denn ihr spielt Mastery. Und Mastery ist Prinzipiell ein Champion, mit dem ihr euch nicht so viele Freunde macht. Zumindest nicht in euren eigenen Team. Normalerweise könnt ihr hier die kleinen Golemswölfe auch einfach stehen lassen, weil ihr die mit dem zweiten Alpha-Strike killt. Wenn ihr mehr healthy sein wollt, dann solltet ihr sie killen, weil die machen relativ gut Damage. Mastery ist ein Champion, der wegen mehreren Gründen sei so stark ist, die ich heute natürlich in diesem Video wieder ansprechen werde, aber ein Grund oder eine Power, die man von ihm verstehen muss, ist das Mastery ins unendliche Scale. Gerade vor allem natürlich die Kombos mit Taric, die ja zur Zeit metaprägend sind, nicht nur in China. In unserer heimlichen Solo-Queue passiert es jetzt auch immer öfter, dass man dem über den Weg läuft, ist man einfach sehr, 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 sehr strong. Und diese Kombo will ich euch allerdings hier noch gar nicht zeigen, sondern tatsächlich Mastery einfach als eigenen Pick. Weil das alleine ist schon etwas, wo ich aktuell das Gefühl habe, oh yeah. Liegt auch an der Kongarune. Ich denke, da gibt es keine Diskussion mehr drüber, dass die aktuell einfach die stärkste ist. Ich bin ziemlich fucked. Ja, ein Grip-Me hätte nicht gedacht, dass der Noc-Chain da kommt, muss ich sagen. Ist natürlich bitter, dass er noch Smile hatte. Er hatte einen etwas angenehmeren Jungle-Keyer am Anfang und war dementsprechend da einfach nur happy genug, um noch rauszukommen. Was natürlich ein bisschen unangenehm für uns ist. Wir müssen jetzt überlegen, was würde Noc-Chain in der Szene machen. Wahrscheinlich wäre der Top-Line-Perfen, das heißt, ich bin da. Achtung, da ist ein Noc-Chain. Und verabschiede mich von meinem Top-Side-Jungle, der gekriegt werden kann. Solche Rückschläge sind übel wichtig. Ich weiß, dass es meiner Einschaltquote nicht gut tut, wenn ich behind liege, aber es ist tatsächlich super entscheidend, um zu verstehen, wie so ein Champion funktionieren soll. Lösung für das Problem wäre übrigens ein Wort hier gewesen, aber dadurch, dass er die Krabbe nicht gemacht hat, bin ich davon ausgegangen, dass er tatsächlich delayed ist in seinem Speed und auf der Bot-Side ist. Habe ich allerdings nicht gut genug aufgepasst. Mona hat versucht, die Räder zu diven, das ist schrecklich in die Hose gegangen, offenbar. Das ist natürlich schmerzhaft, aber kein allzu großes Problem. Ich habe beide Bars verloren, das ist schon viel eher ein Problem. Und auch beide Krabben, das war zu erwarten, nachdem die Erste weg war und nachdem er schon der Wettrei war, hat er sich angedeutet. Vielleicht hätte ich ihn sogar auf der Mid-Lane sehen können, das weiß ich nicht genau. Aber das wäre eine Möglichkeit, dadurch... Jetzt ist Knockshon auf der Top-Lane. Kann das nicht sidesteppen, hat auch sein W nicht angemacht. Missed in Q. Ja, der wird nicht sterben. Der Knockshon ist auch relativ low. Hat natürlich jetzt Angst vor dem Counter-Gang, der im besten Fall auch da gewesen wäre. Allerdings bin ich eben Bot-Side geparkt, weil ich davon ausgegangen bin, dass er eben meinen Top-Side-Jungle geteilt hat. Was er offensichtlich gar nicht gemacht hat, weil mein Golem-Set noch hat. Oder er kam von den Raptoren und hatte noch nicht genug Zeit, beides zu machen. Das ist auch eine Möglichkeit. Jetzt hatte mir dieser Double-Hit beim Last-Hit fast weh getan. Ja, wie gesagt, Master Yi vom Scalinger Insane hätte jetzt hier die Caster Minutes stehen lassen können, um dem Munde ein Gefallen zu tun. Aber wir sind Master Yi und Gefallen tun wir schon mal prinzipiell niemanden. Ireda ist jetzt Top-Bot. Das bedeutet natürlich für meine Bot-Lane nichts Gutes. Und bedeutet im Endeffekt, dass ich jetzt oben sogar noch hätte weiter rauspushen können. Allerdings glaube ich, dass der Munde das nicht unbedingt verstanden hätte und das hätte für böses Blut sorgen können. So, wir machen hier kurz die Golems. Prinzipiell ist Master Yi an jedem Jungle-Camp relativ strong. Also es ist nicht so, dass du die Raptoren zum Beispiel nicht kreieren kannst. Trotzdem sind die Raptoren natürlich das größte Problem. Der Yi hat sich gerade ein bisschen Free-Damage gefangen. Das war glaube ich nicht ganz notwendig. Hätte da auch einfach chillen können. Vorteil davon, dass ich jetzt das Jungle-Item so früh gebaut habe, also das andere, ist, dass ich jetzt hier bei den Raptoren etc. ein bisschen weniger Damage bekomme und ein bisschen mehr Mana-Rege. Ist natürlich kein optimaler Start. Dadurch, dass der Nockchant vor allem auch schon 2-0 ist, wird er sehr dominant sein. Und ich werde wenig Möglichkeiten haben, ihn zu matchen. Aber das ist... Also, ihr müsst lernen, dass Champions quasi nicht nur strong sind, wenn sie vorne sind. Sondern, dass die meisten Champions die aktuell Meter sind oder die generell jemals Meter sein werden. Auch hier hätte ich wieder die Kleinen stehen lassen können für einen Tempo-Vorteil gegenüber einem Damage-Nachteil. Die meisten Champions sind deswegen stark, weil sie auch Fallback-Mechanics haben. Krabbelt wieder weg. Keine allzu große Überraschung. Habe gerade zwei Walls ab. Das heißt, ich place sie hier ein und verschwinde dann in die Base. Könnte meinen Cock-Mode ein bisschen Backup geben, aber dafür würde ich meine Position preisgeben. Was entscheidend ist bei einem Champion wie Master Yi ist, dass ihr versteht, dass es darum geht, Items sinnvoll zu bilden. Ich habe jetzt eine etwas unangenehme Jungle Route, weil meine Golems sind noch nicht wieder ab. Mein Grump schon. Das heißt, was ich mache, ist Grump into Golem, was die ineffizienteste Jungle Route ist. Hier ist jetzt ein Nocturne. Der ist Level 6. Level 6. Level 6. Oh, das ist ein Level 6 Nocturne. Das tut richtig weh. Der ist jetzt quasi... Oh Gott, hoffentlich ist mein Mitleider rausgegangen. Ist er nicht. Oh, guten Tag. Das ist schön. Aus dem Invisor raus oder aus der Nuckeleiter raus ein Flüggete zu bekommen ist natürlich sehr, sehr nett. Keine Ahnung, warum die jetzt hier so greedet. So hätte tatsächlich noch ihren Flash... äh, ihre Ultimate. Ich bin davon ausgegangen, dass der... dass sie dabei gerade... Ja, Ripp. Interessant, muss ich sagen. Ich würde das interessant nennen. Habe ich hier für die Rune entschieden, die mir Movement Speed gibt, wenn ich meine... Okay, das ist eine interessante Zeit. Die Rune gibt mir einen sehr interessanten Bonus. Zumindest wird der Bonus sehr interessant angezeigt. Eigentlich ist es halt eben Movement Speed Buff, wenn ihr die Ultimate einsetzt. Äh, Kausab und Co. gehen immer noch Domination Second. Ich hatte es für einen Fehler. Ich glaube, die Rune ist underrated. Ähm, Sorcery kombiniert... Also Sorcery mit dieser und mit der, dass sie für Movement Speed Damage bekommt. Das ist meiner Sicht stärker, als es der Heal aus dem Domination Tree sein kann. Ich glaube, einer der Gründe, warum Kausab immer noch für Domination... äh, immer noch dafür geht, ist, dass er vorher den Domination Tree halt eben komplett gespielt hat. Und deswegen die Rune sehr stark findet. Aber wie gesagt, ich glaube, diese Rune ist stärker. Und schwuppiwupp, seid ihr mit Mastery wieder zurück im Game. Äh, das passiert, wie gesagt, öfter. Also, mal behind zu sein, ist kein... ist kein Beinbruch. Das ist einfach etwas, was in League of Legends immer wieder passiert. Mein kompletter Topside-Jungle ist jetzt ab und meine Wölfe sind ab. Das bedeutet, ich könnte jetzt eine perfekte Jungle Route mit Golems into Red, into Raids, äh, Raptoren into Wölfe nehmen. Stattdessen habe ich allerdings eine Toplane zu halten, weil der Teleport ist noch 30 Sekunden. Aber als Mastery beschwert ihr euch nie darüber, mehr Farm zu haben. Dementsprechend, äh, vielen Dank, lieber Mundo, dass du geintet hast. Ähm, es ist mir eine absolute Ehre. Und kann dementsprechend den Farm einheimsen. Hab jetzt den höchsten Farm aktuell im Spiel. Das ist, wie gesagt, etwas, was ich auch schon... ähm, das habe ich auch schon... in anderen durchgequatscht Videos gesagt, dass ich glaube, dass die Jungle Route, äh, Jungle Rolle generell ein bisschen zu viel Gold hat. Und dass sie prinzipiell auch eine Rolle ist, die gerade im Low-Elo in der Lage ist, mehr XP und mehr Farm als alle anderen Rollen zu haben. Äh... Anni-Tape... Äh, ärgerlich. Mein Topside-Jungle wurde gekriert. Das ist ja genau so ein Preis, den man dafür zahlen kann, dass man eben sich auf einer Position zeigt. Mein Ripper war jetzt sehr, sehr lange ab. Und ich hab halt diesen Midlane-Kill geforced und hab Toplane die Wave gehalten. Das gibt denen schon sehr, sehr viele Möglichkeiten, mich zu Counter-Jungle. Jetzt, äh, sterben die Wölfe einfach, bevor mein Q wieder ab ist, weil ich zu viel Damage hab. Ähm... First-World-Problem, I guess. Versuche jetzt hier Vision zu denyen und, äh... Ich denke, dass das Midlane ist. Und... Double-Kill! Äh, das ist das Schöne, wenn du in so einem Moment in der Nähe bist, kannst du halt ultimativ viel Schaden anrichten. Na, thanks. Äh, richtiger Call von ihm ein Stück weit, dass er sagt, hey, da ist ein Töte, den du Damage machen kannst. Aber ich hab in dem Szenario jetzt eher ein Interesse daran, den Topside-Jungle von ihm zu clearn. Dummerweise ist der schon gecleared. Das heißt, ich hab jetzt Time gewastet. Ähm... Fährt jetzt die Iredia. Die hat Ruf des Senkers. Ist natürlich für den Mundo jetzt nicht so schön. Das pinkt der auch. Gleich ist mein Grump wieder ab, wenn ich's richtig getimed hab. Bin mir aber grad nicht ganz sicher. Vielleicht hab ich auch gedirbt. Könnt ihr jetzt überlegen, was für Boots ich gehe. Hier sind Ninja-Tubbies auf jeden Fall die besten Boots, die man haben kann. Ich könnte jetzt allerdings Rage-Bait schon zu einem interessanten Gegenstand für mich machen. Dadurch, dass ich einfach in diesem Fall schon den Attack-Speed bauen kann. Ja, Mundo muss einfach nur chillen. Es ist natürlich auch nicht so einfach für den Mundo. Gebe ich zu. Diese Spieler sind meistens sehr, sehr geil darauf, frühzeitig etwas unternehmen zu können. Jetzt ist hier ein Ward geplaced worden. Ich hab grad überlegt, ob ihr hier auch noch ein Ward geplaced habt, aber ist ja nicht danach aus. Nackt schon wieder Mitte. Oh. Er geht für das All-In. Bedeutet für mich wieder Free Farm. Bisschen ärgerlich, aber ich kann einfach meinen Perfinger nicht viel anders machen. Was ich jetzt mache, ist, ich nehme die Wave. Ich hätte die Wave quasi auch freezen können, aber als Master-E seid ihr prinzipiell immer der Champion im Game, der am besten scale-t. Von eigentlich allen Champions sich skippt. Ich weiß jetzt nicht, warum er topside geparft ist, weil die Krabbe ist ab. Dadurch hab ich eine Free Krabbe, hab danach einen Free Grump, kann dann recoil und wieder die Golems machen. Dieses quasi Power-Farm im Jungle ist das Entscheidendste, was ihr braucht, wenn ihr einen gut skalierenden Jungle spielt. Oh mein Gott, ich hab's verkackt. Oh mein Gott, ich hab's so verkackt. Ei, ei, ei. Ihr könnt den 4 von dem Nocturne komplett blocken und die 9, indem ihr kurz bevor der 4 eintritt den Q macht. Ja, wobei, ich glaube, ihr kommt da noch leichtgeführt raus, aber es sollte eigentlich kein Problem sein. Wenn ich hier die Ninja Subject gehabt hätte, wäre es natürlich schon besser gewesen. Generell ist sich mit Warrior Leuten zu messen, ist nie so eine gute Idee. Und ich verliere jetzt viel Uptime von meinem Jungle. Das ist generell etwas, was ein bisschen Umgewöhnung bedeutet, wenn ihr ein Nomade-Jungler gewohnt seid. Aber es ist meistens World mit Master Yi nicht für einen Kill zu gehen, selbst wenn ihr euch ziemlich sicher seid, dass es ein Kill ist. In dem Szenario ist es jetzt sogar Worst Case. Ich verliere meinen Bot-Lane-T1-Turot, ich verliere meine Bot-Lane komplett und ich hab in der Zeit Jungle-Farm ab, der normalerweise Down sein muss. Also dieser Bot-Lane-Jungle muss normalerweise von mir gequiert sein. Dass das jetzt nicht ist, ist ein riesen Problem. Also natürlich jetzt nicht das größte Problem, aber offensichtlich verdienen wir jetzt auch noch Drake dafür. Hm. Ich bin mir nicht sicher, ob wir da was machen können. Ich meine, da läuft schon halt keiner ruhig. Oh man. Flasht da rein und es ist wieder dasselbe Prinzip. Ich verliere extrem viel Uptime dadurch, dass ich down bin. und gehe wieder für eine falsche Entscheidung. Sowas passiert gerade, wenn ihr ein Champion quasi neu lernt oder wenn ihr euch dazu entscheidet, einen Champion zu mainen. Ähm. Ja, ja, ja. Der Typ ist aber... Ist aber auch ein toxischer Kollege. Hoffentlich ist sein Team genauso toxisch. Aber meistens sind sie das. Meistens sind sie das. Ähm. Aber ist auch okay. Also wie gesagt, ein Spieler, die... Also sowas wie Master Yi würde ich keine guten Freunde machen. Das ist dasselbe wie mit Timo. Die, ähm, Leute, die dagegen spielen, fühlen sich meistens extremst benachteiligt. Der Flash war leider sehr, sehr schlecht. Äh. Er muss entweder ganz früh flashen oder gar nicht. Ähm. Weil entweder hat er dann auch eine Überlebenschance oder er hat sie nicht. Die Räder geht jetzt für den Dye von mir vorbei. Ich bekomme den Kill. Und wieder sind es 500 Gold, die auf mich wandern. Das ist schön, das ist gut. Aber das ist natürlich trotzdem gerade eigentlich noch nicht genug. Äh. Nokchan hat jetzt wieder ein Zeitfenster, um meinen Red Buff zu invaden. Ich muss mich entscheiden, ob ich da hingehen will oder nicht. Äh. Die Krabbe zu machen ist halt jetzt genau das, was mein Topside Jungle kosten wird. Aber es macht halt einfach keinen Sinn für, äh, die Lulu alleine hingehen zu lassen. Weil wenn hier doch der Nokchan ist, dann ist sie tot. Aber dafür müsste ich gegen einen guten Jungle, verliere ich dafür meinen Top-Lane-Jungle. Weil er weiß, dass mein Red Buff ab ist, hingeht zum Red Buff, den Red Buff cleart und danach halt eben noch Zeit hat, die anderen Teile meines Jungles mitzufahren. Ich stehe zwar jetzt 5-3, aber ich habe halt... Oh, ja, okay. Er hat den Herald gemacht. Das ist natürlich eine Option. Ich stehe jetzt, ähm, 5-3, muss jetzt mitlanen. Ich erwarte hier eine Nocturnal. Oh, bitte sagt mir, dass er irgendein Auto-Deck drauf bekommen hat. Hat er allerdings halt natürlich extrem wenig. Was hat Nocturnal jetzt an der Zeit gemacht, ist die Frage. Wenn er nicht mitlanen geultet ist, muss er normalerweise weiter weg gewesen sein. Kann sein, dass er die Top-Lane-Aktion gedeckt hat. Das wäre eine Option. Und er hat mal einen Red Buff gemacht, die zu erwarten war. Wenig Optionen da, was dagegen zu machen in der Phase. Dadurch, dass die Nocturnal jetzt auch die ganze Zeit ab ist, ist es generell eine schwere Situation, weil wir fast nie in der Lage sein werden, ein Play zu forcen ohne Counterplay. Weil immer die Option der Nocturnal Ultimate besteht. Die Lösung dafür ist, dass Zett dazukommt. Zett ist sehr, sehr strong gegen solche Leute, weil er halt eben natürlich in der Lage ist, da noch extra Damage dazuzubringen. Ah, ist jetzt schwer, weil hier müsste normalerweise jetzt gewordet sein. Hier oder da. Einer der beiden Plätze ist gewordet. Das heißt, ich hätte nicht beide besuchen sollen. Ja, und jetzt versuchen wir natürlich wieder den Farm umzuhalten. Wir sind farmmäßig immer noch gut dabei, wobei generell mein Team auch farmmäßig gerade nicht so gut ist. Normalerweise sollten die besser im Game sein. Nocturne Generälen Pick, gegen den ich auch schon, als ich es On-Stream gespielt habe, meine Problemchen hatte, möchte ich sagen. Die Räder geht übrigens gut für den kompletten Suicide. Kommt da noch mal ein Flash raus. Wie es halt so ist, na? Wir haben halt da immer ganz gute Optionen. Weiß ich genau, was... Der... Die... Äh... Was war das? Braumholt macht keinen Sinn. Vieles von dem, was die gerade gemacht haben, macht keinen Sinn. Wir haben dummerweise jetzt unseren Monotypie gewastet, muss man sagen. Also die Räder wäre so oder so in der hoffnungslosen Lage. Engagen könnt ihr mit Master E natürlich kaum. Dafür habt ihr normalerweise eben andere Spieler oder ihr braucht andere Spieler das machen. Nocturne hat jetzt nicht auf dem Set engaged und ich weiß nicht warum. Das ist ein bisschen überraschend. Ja, da war ich eine Sekunde wieder weg vom Queue. Der Lucien kriegt jetzt leider einen Triple Kill und der Nocturne kriegt auch noch einen Kill. Ei, ei, ei. Sieht eher aus, als würde das hier eine Folge für den zweiten Kanal wären aktuell. Na ja, er bekommt noch einen Kill, aber wir werden geacet. Das ist natürlich jetzt kein schöner Verlauf. Ja. Ei, ei, ei. Okay, die Lulu. Ja gut, ich weiß noch nicht, was ich von der Lulu jetzt Cut halten soll. Upsi. Äh, ich hab meinen Rage Raid finishen sollen. Geht dafür sogar kurz weg, weil die Einzelteile sind halt tatsächlich relativ weak, aber das vollständige Rage Raid ist sehr stark. Damit bin ich trotzdem nicht in der Lage, den Nocturne zu facen. Wenn ich das machen würde, hätte ich jetzt auf den Deadman's Blade gehen sollen. Und dadurch bin ich dann in der Lage, den Damage seines Traktars zu negieren. Und gewinne das doll durch tanken. Das ist generell etwas, was mir immer wieder auffällt, was in meinem Twitch-Sheld oft missverstanden wird. Es geht, wenn ihr darüber nachdenkt, einen Champion in 1x1 zu killen, geht es ganz oft nicht darum, wie viel Damage ihr habt. Ei, okay. Ähm. Ups. Ich hätte die einfach killen können. Hätte ich einfach weiter attackt, hätte ich die gekillt. Äh, what? Der... ...Action... ...Hug is happening. Äh, wir müssen unbedingt unsere Midlane öffnen, weil da kommt ein Traktar und meine Leute sind noch nicht so davon begeistert, da hinzugehen. Stattdessen wird jetzt eine Ari gefightet, jetzt gibt es eine Nocturneid. Die allerdings scheinbar nicht auf... Au, doch. Sie ist aufgetroffen. Auf den Kogma. Äh, Rib Kogma. Midlane verlieren wir währenddessen alles? Pretty sure, dass das nicht Wurf ist, was hier gerade passiert. Naja, ich kann mir jetzt zumindest jetzt hier wahrscheinlich zwei Keys necken. Bitte sagt man, dass ich ihn angegriffen habe und nicht das Minion da nehmen. Dem ist so. Na gut, ich bekomme auch den Key, sterbe dafür. Wurde ignited, das heißt man weder gegenzuhalten ist auf Dauer nicht möglich. Eieieiei, das Gegnerteam ist aber auch komplett in BM-Stimmung, ne? Also da wird schon gut durchgeprügelt. Na gut, wir bekommen auch da nochmal den Kill. Mitlein in den Daumen zu haben ist kein Grund aufzugehen. Ganz oft kommt man davon noch zurück und hat gute Möglichkeiten sich davon noch zu erholen. Was gehen wir als Item-Bit jetzt? Es gibt verschiedene Optionen. Lifesteal ist natürlich eine gerade sehr attraktive. Problem ist, dass das Gegnerteam auch relativ viel CC hat. Das heißt, es wird unangenehmer. Gerade wenn ihr Rage-Bit baut, ist übrigens Item-Bit mäßig. Rated of the King allein deswegen natürlich nochmal attraktiver als sowieso schon. Ich bin immer noch nicht gut dabei. Das Problem ist nur, dass die Gegnerseite jetzt mehrere Charaktere hat, die Oberkante und Unterkante gefieldet sind. Wenn ich gegen die Iredia fighte, muss ich, wenn ich den Stunt dodge, habe ich den Kill. Was natürlich immer deutlich leichter gesagt als getan ist. Nocchan hat keinen Upkeep auf meinem Red-Buff jetzt. Das heißt, ich darf mir den mal nehmen. Dadurch, dass er eben nicht sofort dasteht. Ich erwarte jetzt, dass die Iredia den Mundu facen geht, statt den Zed. Weil ihr Item-Bit besser auf den Mundu passt. Ich denke, der Zed ist da eine größere Gefahr für sie, wenn er es richtig spielt. Eben in der Szene, wo ich gestorben bin hatte, gab es einfach noch keine Ult. Ich schlitz jetzt hier kurz den Lucien auf. Oh, ich sterbe. Wow, okay. Der Impact-Damage ist schon relativ strong vom Nocchan. Möchte man meinen. Eingeflasht. Ah, okay. Ja, wir kriegen den Kill. Das ist fine. Wir delayen dadurch, den ihr Nash weiter nach hinten. Ich muss jetzt überlegen, ob ich das Blade finischen will. Während die Option ist, dass der Nocchan mich jedes Mal tötet. Allerdings hat der Nocchan natürlich auch andere Targets. So ein Kogma ist, wenn er ihn freistehen lässt auf Dauer, durchaus auch eine Bedrohung, die man ernst nehmen sollte. Ah, tricky gerade. Deadman's Blade ist natürlich früher oder später eine gute Option. Das heißt, wahrscheinlich gehe ich jetzt... Ich gehe jetzt einfach auf ein bisschen Amor stacken. In der Hoffnung, dass ich dadurch den Initial-Engage von Nocchan überlebe. Und gehe erst danach auf Blade. Auch in dem Fall wird von wieder das Blade oder das Rage-Blade nützlich zu machen nicht so einfach ist, weil der nicht immer es schafft, die nötige Anzahl an Autotext zu machen. Die Räder wird jetzt irgendwo hier sein. Ah, sie hat da gewordet. Das heißt, der Jungle ist jetzt für mich gesperrt. Da ist gewordet. Bedeutet für mich natürlich Bitlane-Farm, weil irgendwo muss ich farm. Ich bin schließlich Master Yi. Und Master Yi braucht farm. Jungle ist natürlich da normalerweise das Nonplus Ultra. Aber, sind wir mal ehrlich, in der Notfrist der Teufel fliegen. Rotieren jetzt wieder zum Nash. Die Räder wird Split pushen. Währenddessen wird der Rest von denen den Nash bearbeiten. Die Ari ist jetzt hier noch auf dem Weg. Oh man. Wenn der Cockbar da nicht die Position von uns preisgibt, haben wir die Chance da was zu machen. So ist es natürlich deutlich schwerer. Ja, ich kriege jetzt hier den Speed. Da ist alles gut. Soweit, so fein. Das ist in Ordnung. Solange der Munde die Rede halten kann, sollten wir keine einzig großen Probleme kriegen. Jetzt will die den... Can you clear this? Please? Clear this? Please? Thanks. Nocturne hat sich jetzt einfach mal dazu entschlossen, dass jetzt der Cock mal sterben soll. Das kann sie so entscheiden, leider. Wenn ich da meinen Q ein bisschen früher drücke, bin ich da vielleicht in der Lage was zu machen. Aber die ECC ist tatsächlich relativ brutal. Wären Burks im Nachhinein eine Option gewesen? Hm, gute Frage. Ich glaube eher trotzdem nicht. Weil ich glaube, das ist unabhängig davon, dass ich mit dem Q den inkommenden CC dodgen muss. Ansonsten sind wir so oder so tot. Ist jetzt ein 3 für 2. Das heißt, es ist nicht so schlecht, wie man es glauben würde. Ich weiß nicht genau, ob der Zid Zweifel hat, dass der... Ah! Ninja-Tubbies! Ninja-Tubbies war tatsächlich die Lösung für viele unserer Probleme aktuell. Tech-Squid-Boots auf Marseille natürlich gibt jetzt auch eine Option, aber... Please don't! So, ich muss jetzt gleich mal gucken, ob ich Midlane deffen soll oder sofort Toplane wieder für den Nash gehe. Das Problem ist quasi, dass wir den Nash auf Dauer so oder so nicht verteidigen können. Zumindest ja wahrscheinlich. Und dass eine Ari-Trap hier natürlich äußerst delikat ist. Also, wenn ich die Ari wäre, würde ich hier trappen. Hm. Nudu kann die Ward clearen. Ist für uns angenehm. Vielleicht haben wir da mal grad ein bisschen Vision. Bis zum nächsten Pink Ward actually. Ah, ich würde voll gerne die Golems machen. Habe ich das Gefühl, dass mein Team in der Zeit sterben wird. Die Nachricht habe ich lange nicht mehr gehört. Ich hoffe, dass der Nokchan jetzt auf mich ultet. Weil ich glaube, dass wenn ich den Initial-Damage überlebe und ich ihn fighte, dass das die einzige Chance ist, wie wir gerade noch diesen Nash securen können. Dass Nokchan quasi stirbt. Wir fangen jetzt an. Dazu Red smiten ist natürlich relativ ballsy, weil ich jetzt keinen Smite für den Nash habe. Aber im besten Fall haben die Gegner das nicht gesehen. Und das haben sie scheinbar wohl auch nicht. Oh. Relativ dunkel. Okay. So weit, so gut. Chasen sollten die nicht. Nation Bank können sie auch nicht. Bedeutet für uns natürlich gerade wieder ein bisschen Freizeit. Solange der Nokchan jedes Mal stirbt, sind wir tatsächlich relativ gut dran. Die Gegner verschieben jetzt ihre Vision weiter nach vorne. Bedeutet für mich ein Orakel holen, um eben die zu clearen. Es geht immer weiter rund um diesen Nash. Quasi jede Aktion geht nur um Nash. Okay. Okay. Wow. Okay. Das war terrible von mir. Ich musste den Stunt von Iredia halt eben mit meinem Q dodgen. Allerdings hat die Ultimate von ihr mich so aus der Fassung gebracht, dass sie nicht was soll ich machen soll. Und dadurch verlieren wir jetzt Nash. Sehr, sehr delayed. Wir haben das lange rausgezogert, aber rauszugern alleine hilft natürlich nicht. Es geht halt eben auch darum, dass du ihn irgendwann, irgendwann diesen entscheidenden Befreiung stark kriegst. Das ist uns jetzt nicht gelungen. Dementsprechend werden die Gegner Nash versieren können. Entweder brauchen sie dafür Braum nicht oder Braum ist tatsächlich dumm. Das Problem ist, wenn der Cockball da jetzt alleine geht, stirbt da einfach. Also der wird jetzt hier, der wird von da ulten, Doktor 0 tot. Loy. For some reason haben die Gegner keinen Lash gemacht. Spricht ein bisschen dafür, dass der Noct schon tilted ist. Ich hatte übrigens seit der Szene, wo ich vorhin weggeflasht bin, glaube ich weiterfalten soll. Interessant. Also die Raten den Ocean höher als Nash. Für uns natürlich wieder eine dankbare Zeit. Wir können wieder ein bisschen scalen. Wir scalen sehr, sehr gut. Wir scalen gar nicht gut. Fällt mir gerade auf, weil wir nur Magic Damage haben. Und man keep fight it. Again. Ist jetzt ein bisschen doof, weil ich da quasi rein sprinte, ohne was zu sehen. Und das erste, was ich sehe, ist ein Lucian. Ich meine, Iredia war da schon tot. Wahrscheinlich hätte ich trotzdem einfach darauf warten, so ein Sie zu finishen. Weil wenn ich sie mit dem Q finish, bekomme ich jetzt 70% Cruelan Reduction zurück. Und habe dadurch... Oh, sie hat einfach trotzdem gefehlt. Ah, that's unlucky. Ja, und damit war's das. Ähm... Ja, das wird kein durchgequatscht. Das wird einem durchgefallen. Ähm... Habe es eigentlich nicht so gut gespielt. Ich glaube, wir hätten es trotzdem gewinnen können. Weil wir... Wir waren trotzdem relativ nah dran. Dadurch, dass die Gegner halt die ganze Zeit den Nash nicht gemacht haben. Aber wir waren... Also eigentlich waren wir nicht nah dran. Eigentlich haben die Gegner uns nah dran kommen lassen. Weil eigentlich war es halt over. Ähm... Vom Scaling her hätten wir es wahrscheinlich trotzdem geschafft wegen Kogma. GGWP. Ein andermal geht's weiter. Haut rein, Leute.